Willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play! Komm es die zweite Omnibus-Nimulator mit mir, mit dem Peter Fromm. Wir befinden uns nur noch an der Heimler und zwar auf der Linie E81 und kommt ab und so ist ähm, nach Rolls-Rutsch-Fahrung. Gut, fahren nun weiter. So, was sieht denn aus? Ja, wir fahren mit einem MI-EL. Nächste halbe Stelle, Kaplan-Straße. Ja, hier sieht, ähm, wir fahren jetzt vielleicht noch was. Ja, da liegt die Strahle. Bei den, ähm, beziehungsweise 8h da. 6h sind die Aufrufe, jetzt hier an, so, aber so ist es nicht, bitte in zwei. Da möchte ich auch gerne für euch bedanken stellen. Und ja, neulich würde ich hier schlecht machen. Und danke dafür. Ja, fürs Weiteren wird uns auf jeden Fall wieder eine neue Folge sehen. Und, ja, jetzt machen wir mal eine neue Folge. Und mal schauen, was das alles macht. Ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Genau, heute gibt es dann wieder eine Folge auf dem Multiplayer. Die werde ich jetzt dann gleich auch noch machen. Und dann, ja. Ja. Sind wir dann mal gespannt, was zu untertragen wird. Ja, irgendwie konnte ich ja gestern Osterpil machen, aber... Ihr habt ja gesehen, es ging hier so genau. Aber ich habe ja schon gestern Morgen sehr viel hochgebracht. Und nachher war der Sonne aufgelaufen auch. Und deswegen geht es heute dann weiter. Morgen. Wieder mit einer Folge auf, ja, Multiplayer. Und dann wird es heute die Promonts geben. Und weiter geht's. Nächste Haltestelle, Ketteler Straße. Ketteler Straße. Ketteler Straße. So jetzt müssen wir schauen. Und dann geht es auch schon weiter. Ach, der Prügel, wir reichen. Wir sind auf der Karte. 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 Wir müssen mal was machen. Das ist vielleicht... Ich muss da kurz was machen. Einen kleinen Trick einbauen. Sonst gibt es wieder tausend Waffen. Auch wenn es nicht regulär wäre, aber... Wir sind auf der Karte. 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 Wir haben jetzt noch mal einen Karte. Wir sind auf der Karte. Nächste Halbeschnelle, Hauptbahnhof, Endhalbeschnelle, bitte aussteigen. Ja, genau, ihr habt es gerade gehört, der letzte Halb, wo es so ist, alles ist, kommt jetzt und ja, ich bedanke mich für euch für das Einsteig, ich wünsche euch noch ein wunderschönstes Mal, bei dem ist noch was ja noch gut und ja, wenn ihr wollt, gebt euch gerne die Daumen runter, lasst uns für weitere Spaces. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, stay positiv, positiv denken und ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder bei einer der gleicheren Folge vom Let's Play. Okay, OMSI 2 der Obligo Simulator mit mir, mit mir, mit mir, hier auf Einheit in Laurensbach. Genau, ja, bis Weiteren möchte ich euch noch dann beteiligen, also ab 5.8 Uhr gibt es den nächsten Letz, äh, die nächste Letzendracht von OMSI 2 Players. Und ja, die findet dann auf jeden Fall statt und ja, morgens ab 10 Uhr, das heißt, sie beginnt morgens um 10 Uhr und enden dann abends um 20 Uhr. Wir haben den Wuppen aufgeschrieben, wieder den Letzendracht von OMSI 1.90 Uhr, dann wieder um 20 Uhr, dann wieder um 20 Uhr, dann wieder um 20 Uhr. Ja, diese Letzendracht von OMSI 2 Players. Nicht, dass ich jetzt gerade Werbung so viel machen kann, denn ich bin ja selber ein, ein Admin und ja, deswegen kann ich die Werbung auch machen. Wie ihr seht, ich hab hier ein bisschen leicht verworfen, seit Wochen, aber sowas passiert. Ja, deswegen sage ich euch, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bei dem ich... Was für eine Scheiße, der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Ja, eigentlich, bis dahin, einen wunderschönen Tag. Und ja, lasst es euch mal gehen. Bis dahin. Und ja, bis dahin. Euer Peter. Ciao, ciao.